Es gibt so ein paar neue Punkte zum Thema 737 MAX. Es bleibt einfach sehr, sehr spannend, das immer weiter zu beobachten. Jetzt mittlerweile steht das alles unter der Nachricht, dass es wohl bei diesem Flugzeug bis mindestens Ende August dauern wird, bis man die Maschine wieder im Himmel sehen wird. Und jetzt sieht es damit tatsächlich so aus, dass sich die auf den ersten Blick etwas pessimistischen Planungen einiger Fluggesellschaften damit bestätigen. Einen Punkt habe ich mir heute mal rausgesucht, über den ich mit euch quatschen wollte und da bin ich wie immer auch sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Ja, tatsächlich ist das mittlerweile schon wieder ganze zwei Monate her, dass die 737 MAX überall auf der Welt gegroundet wurde. Das muss man sich erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, weil das ist schon echt eine ganze Weile her. Das große Rätselraten darum, wann man diesen Flugzeugtypen bei den verschiedenen Fluggesellschaften wieder in der Luft sehen wird, wieder in Betrieb sehen wird, Das hat jetzt zumindest durch die aktuellsten Informationen mal so eine kleine Eingrenzung bekommen. Der US-Flugzeughersteller Boeing wird es wohl kaum schaffen, die Maschine bis Ende August wieder fit zu machen und wieder in die Luft zu bekommen, da sich der gesamte Rezertifizierungsprozess der 737 MAX aufgrund noch kommender Kontrollen einiger zuständiger Luftfahrtbehörden wohl noch ein ganzes Stück verzögern wird. Wir haben da natürlich schon mehrfach drüber gesprochen und viele von euch waren sich auch von Anfang an direkt einig, dass man hier den Fehler bei der 737 MAX nicht in einer eventuell zu mächtigen oder nicht redundant ausgelegten Software finden wird, sondern vielmehr tiefer im System, tief in der Konstruktion des Flugzeuges, in einer sehr ausgereizten Konstruktion des Flugzeuges. Und hier ist jetzt natürlich die FAA gefragt, die diesen Flieger rezertifizieren wird. Also die FAA wird hier, zumindest laut aktuellen Informationen des Wall Street Journals, gerade jetzt ein ganz besonderes Augenmerk auf die Checklisten legen, die die Piloten abarbeiten, wenn es fehlerhafte Eingriffe in die Trimmung durch das MCAS gibt. Obwohl, das ist gar nicht richtig, das kann man gar nicht so sagen, denn für das Fehlverhalten des MCAS gibt es gar keine bestimmte Checkliste. Vielmehr fällt ein Fehlverhalten des MCAS, wenn es denn auftritt, unter die sogenannten Runaway Stabilizer Memory Items. An Bord jedes Flugzeuges gibt es eine bestimmte Anzahl dieser sogenannten Memory Items und wie der Name schon vermuten lässt, sind das Aktionen, die der Pilot im Kopf hat, die der Pilot auswendig kann und die er dann bei einem Fehlverhalten des Flugzeuges oder bei ungewöhnlichen Fluglagen oder wie auch immer aus seinem Kopf heraus anwendet. So ein modernes Verkehrsflugzeug wie die 737 MAX oder auch alle anderen Maschinen, die aktuell unterwegs sind, das sind natürlich alles höchst komplexe Maschinen. Und gerade bei Airzeit und kritischen Fehlern reicht es aus, wenn beide Piloten vorne im Cockpit ganz genau wissen, wo es steht. Also wo die richtige Anleitung, wo die richtige Bearbeitung des Fehlers, wo die entsprechende Checkliste für den Fehler steht. Tritt dieser Fehler jetzt im Flugzeug auf, dann wird die vorgeschriebene Vorgehensweise, schrägstrich die vorgeschriebene Checkliste durch einen der beiden Piloten herausgekramt und die Liste wird abgearbeitet. Das ist so auch durchaus möglich, weil die ganze Geschichte ist ja wie gesagt zeitunkritisch. In manchen Flugzeugen wird das Rauskram der Checkliste sogar durch den Computer für die Piloten übernommen. Jetzt im Gegensatz dazu führt zeitkritische Fehler, wie zum Beispiel eben das fehlerhafte Verstellen des Horizontal Stabilizers, also Runaway Stabilizer, das Weglaufen der Trimmung. Dafür wiederum hat man ebenfalls solche Checklisten. Allerdings müssen die Piloten die Checklisten komplett oder ein Teil davon auswendig können. Das sind dann die sogenannten Memory Items. Tritt dieser zeitkritische Fehler jetzt im Flugzeug auf, dann erwartet man von beiden Piloten, dass sie innerhalb von wenigen Sekunden die richtigen Memory Items parat haben und innerhalb weniger Sekunden die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Handlungen in der richtigen Reihenfolge ausführen und so aus der ganzen Geschichte im Idealfall wieder rauskommen. Das gibt es eben zum Beispiel für Runaway Stabilizer Geschichten oder auch für einen Strömungsabriss, für TCAS Resolution Advisories, also für Ausweichmanöver oder auch für Terrainwarnungen. Also das sind alles Aktionen, bei denen man absolut keine Zeit verlieren darf. Die Memory Items für das ganz doof übersetzt Abhauen der Trimmung in der Boeing 737, die sehen da schon sehr lange sehr, sehr ähnlich aus. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn die Art und Weise, wie eine Boeing 737 getrimmt wird beziehungsweise die Art und Weise, wie Piloten die Trimmung in der Boeing 737 nutzen, wie das Ganze im Cockpit aussieht, das hat sich in den letzten Jahrzehnten oder generell in der Boeing 737 noch nie so wirklich geändert. Dieses laute, sich hin und her drehende Trimmrad in der 737 Max vorne im Cockpit, links und rechts neben den beiden Schubhebeln an der Mittelkonsole, das gab es genauso schon in der 737 200 vor knapp 50 Jahren, wie das heute auch in der 737 Max zu finden ist. Was jetzt allerdings neu ist, ist ein System, das die Macht bekommen hat, immer wieder in regelmäßigen Abständen massiv in die Trimmung einzugreifen. Das gab es so bei der 737 200 nicht, das gab es auch bei der 737 800 nicht. Da gibt es zwar durchaus Funktionen, die automatisch dem Piloten hinterher trimmen können, allerdings gibt es dort kein MCAS, so wie man das in der 737 Max findet. Also, jetzt haben sich aber die Memory Items bei einer Fehlfunktion, zum Beispiel vom MCAS, die haben sich ja nicht wirklich geändert. Also muss man jetzt die Frage beantworten, ob diese nahezu unveränderten Memory Items eine Fehlfunktion des MCAS auch wirklich abdecken können. Und das ist eine Frage, an der aktuell die FAA dran ist und diese eventuell auch schon beantwortet haben. Und da die Antwort der zuständigen Behörden an dieser Stelle ziemlich sicher Nein ist oder ziemlich sicher Nein sein wird, kann man davon ausgehen, dass die Konsequenzen im einfachsten Fall so aussehen könnten, dass diese Memory Items, diese nahezu unveränderten Memory Items, jetzt dahingehend überarbeitet werden müssen, dass sie mit entsprechenden Zusatzinformationen versehen werden müssen, die die Piloten darüber informieren, welche Schwierigkeiten bei einer Fehlfunktion des MCAS jetzt hier an dieser Stelle auftreten könnten. Im schlimmsten Fall allerdings könnten die Konsequenzen auch so aussehen, dass man hier die Memory Items komplett überarbeiten muss, komplett neu auflegen muss, dass es neue Memory Items für eine Fehlfunktion des MCAS geben muss und dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass hier auch schwerwiegende Konstruktionsänderungen an der 737 MAX stattfinden müssen. Und warum ist das jetzt so sicher, dass das schwerwiegende Konstruktionsänderungen höchstwahrscheinlich zur Folge haben wird? Ganz einfach, das Interessante an der Sache ist ja, dass die Ethiopian Airlines Piloten, kurz vor dem Absturz ihrer 737 MAX, diese sogenannten Runaway Stabilizer Memory Items ja befolgt haben. Das weiß man mittlerweile. Eventuell gescheitert, das muss noch geklärt werden, aber eventuell gescheitert sind die beiden Piloten der 737 MAX dann an der Stelle, an der es darum ging, die Maschine innerhalb kürzester Zeit, weil man war ja in Bodennähe, manuell wieder zurück in einen Zustand zu trimmen, in dem man die Sinkrate entweder kontrollieren oder vielleicht sogar wieder in einen Steigflug übergehen kann. Sie sind also, wenn man so will, möglicherweise am vorletzten Punkt dieser Memory Items, Trim Manually, gescheitert. Also könnte durchaus sein. Und im Internet brach daraufhin eine wahnsinnig interessante Diskussion los, in der es unter anderem darum ging, dass das mit dem Trimmen der Boeing 737 MAX, mit dem manuellen Trimmen, dass das einfacher gesagt ist als getan, zumindest in etwas herausfordernden Situationen, wie zum Beispiel einem durch das MCAS ausgelösten Sinkflug. Unter anderem war hier in dieser Diskussion dann die Rede von möglicherweise zu hohen aerodynamischen Kräften hinten am Horizontal Stabilizer des Flugzeuges, was es den Piloten vorne im Cockpit unmöglich gemacht haben soll, dort mit ihrer Muskelkraft manuell gegen anzukommen. Ja, und dann sind viele sehr scheinbar sehr schlaue Leute auf die Idee gekommen, dass man hier doch einfach mal, weil das ist ja ganz normal in solchen Situationen, zumindest stand das da sehr oft, dass man doch einfach mal die Nase hätte nach unten drücken müssen. In einem von der Software ausgelösten steilen Sinkflug in nicht einmal 2000 Fuß über dem Boden und dann doch, weil die Trimmung dann leichtgängiger ist, dann doch nach oben hätte trimmen können. Also, das hier ist ein hochmodernes Verkehrsflugzeug, das kann einfach nicht die Lösung für das Problem sein. Das ist kein von drei oberkörperfreien Bären geflogenes sowjetisches Transportflugzeug aus den 50er Jahren. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass die zuständige Behörde mittlerweile doch mehr als genug gute Gründe dafür hätte, tiefgreifende Änderungen in der 737-Trimmung im 737-Max-System zu verlangen, wenn das MKs an Bord bleiben soll. Gerade in Bodennähe, bei einem massiv fehlerhaften, buglastigen Eingriff der Trimmung des Flugzeuges, entscheidet sich der Pilot doch dafür, am Steuerhorn zu ziehen, um die Sinkrate halbwegs zu kontrollieren oder um immerhin gegen die fehlerhafte Trimmung des Flugzeuges dagegen anzuarbeiten. Und dann entscheidet er sich sicherlich sehr schnell für seine Memory-Items, kommt dann früher oder später über die sogenannten Stabilizer-Trim-Cutout-Switches zum manuellen Trimmen des Flugzeuges, was sicherlich im unbeschleunigten Horizontalflug oder bei leicht steigen, sinken, wie auch immer, in der 737-Max eine schöne und auch funktionierende Möglichkeit sein kann. Was sich dann aber bei einem steilen Sinkflug bei hohen Fluggeschwindigkeiten wohl zu einer Herausforderung entwickelt, die gar nicht so einfach zu lösen ist. Und das könnte eventuell dafür sorgen, dass aus Sicht der Behörden, aus Sicht der zuständigen Behörden, aus Sicht der FAA jetzt eine Veränderung, eine Überarbeitung des Systems unumgänglich ist. Wenn ihr euch jetzt sehr für diese sogenannten Memory-Items, für die Runaway-Stabilizer-Memory-Items interessiert, dann kann ich euch da sehr das ausführliche Video von MentorPilot empfehlen. Viele von euch haben das auch sicherlich schon gesehen. Der zeigt da einmal ganz genau im Simulator, wie sowas dann in der Praxis gehandhabt wird und was es da auch eventuell für Schwierigkeiten geben könnte. Das entsprechende Video findet ihr oben über die Ecke in den Infokarten. Jetzt aber vielleicht nochmal ein ganz interessanter Punkt, den ich gefunden habe und den ich auch unbedingt mit euch teilen wollte, weil da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass sich dieses System, das hinter der Trimmung in der 737 steckt, dass sich das in all den Jahren, in all den Jahrzehnten der 737, dieses Flugzeugtyps, gar nicht unbedingt geändert hat. Das ist mehr oder weniger gleich geblieben und es gab im Handbuch der ersten Version der 737, also 737-100, 737-200, bei der 737 Classic hat man es dann schon wieder rausgenommen, da gab es dann immer einen Absatz im Handbuch, der sich mit diesen zu hohen aerodynamischen Kräften am Horizontal Stabilizer beschäftigt hat. Und das, was da drin steht, das ist wirklich höchst interessant, denn als so ein bisschen in Anführungszeichen Last Line of Defense sollte man dort die Achterbahn-Methode verwenden. Rollercoaster-Technik steht da drin. Um das zu zeigen, hole ich mir mal ganz kurz so ein Flugzeugmodell. Kleinen Moment. Jetzt benutzt einfach mal ganz viel Fantasie und stellt euch vor, dass das hier eine 737-200 ist. Ich habe jetzt leider auf die Schnelle nichts Besseres gefunden. Also jetzt haben wir bei der 737-200, hier bei unserem Flugzeug, Runaway Stabilizer. Das heißt, die Trimmung des Flugzeuges ist ungewollt in eine Position gegangen, in der wir sie nicht gebrauchen können. Die Nase des Flugzeuges wird durch die Trimmung runtergedrückt. Wir gehen einen Sinkflug über. Der Pilot arbeitet durch das Ziehen am Steuerhorn dagegen. Dadurch entstehen sehr hohe aerodynamische Kräfte hinten am Höhenruder. Er versucht vielleicht eventuell sogar noch mit Triebwerksschub, weil Triebwerke sitzen ja unter den Tragflächen, was dafür sorgt, dass es einen Pitch-Up-Moment gibt. Vielleicht erinnert ihr euch da an die MCAS-Videos. Vielleicht versucht er da noch dagegen zu arbeiten. Das Einzige, was er dadurch bewirkt, ist aber, dass das Flugzeug immer schneller in den Sinkflug geht, immer schneller wird im Sinkflug und die aerodynamischen Kräfte einfach im Höhenruder, am Horizontal Stabilizer, hinten am Flugzeug, dass die immer größer werden. Er kann die Maschine nicht mehr manuell trimmen. Dann soll man jetzt auf diese Rollercoaster-Technik zurückspringen. So, und das bedeutet, man zwängt das Flugzeug. Vielleicht auch dadurch, dass beide Piloten im Cockpit am Steuerhorn ziehen. Man zwängt das Flugzeug in einen Steigflug. Dann soll man ganz bewusst, nachdem das funktioniert hat, die Maschine wieder in einen Steigflug geht, weil man einfach wie bekloppt am Steuerhorn zieht, das Höhenruder nach oben auslenkt, dann soll man ganz bewusst nachlassen. Also die Maschine, die Nase wieder runterfallen lassen, die Maschine wieder in den Sinkflug gehen lassen und in diesem Moment da oben, das ist der Moment, wo man ganz schnell trimmen soll, weil da ist die aerodynamische Last auf den Horizontal Stabilizer eben nicht mehr so hoch. Dann kann man eventuell wieder trimmen. Und das, das macht man jetzt einfach so oft, bis man es geschafft hat, die Maschine wieder in einen vernünftig getrimmten Zustand zu bringen und vernünftig weiterzufliegen. Das ist schon ein bisschen abgefahren, oder? Das ist also die Achterbahnmethode, die Rollercoaster-Technik, so wie sie ganz offiziell bei der 737-200 noch im Handbuch stand. Und es ist schwer vorstellbar, dass das im Jahr 2019 bei einer wenige Monate alten Boeing 737 Max eventuell genauso funktionieren könnte, oder nicht? Die Tatsache, dass das MCAS zumindest vor dem Software-Update in der 737 Max die Fähigkeit hatte, den Horizontal Stabilizer und damit die Trimmung zum Vollausschlag zu bewegen, was wiederum in der 737 dafür sorgt, dass man mit dem Elevator, mit dem Höhenruder nicht mehr gegen ankommt, das sorgt wiederum dafür, dass auch diese Achterbahnmethode, die Rollercoaster-Technik, auch in der 737 Max beim nicht rechtzeitigen Reagieren der Crew nicht funktioniert hätte. Aber gut, diese Achterbahnmethode ist ja auch schon seit Jahrzehnten nicht mehr im Handbuch der 737 vorhanden, also das ist keine Technik, die man offiziell in diesem Flugzeug verwenden soll. Trotzdem wollte ich mit euch da mal drüber sprechen, weil ich das sehr interessant fand oder sehr interessant finde, dass das so mal im Handbuch stand und dass sich an der Trimmung ja gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Aber gut, das Software-Update hat Boeing gestern Abend mitgeteilt, das ist mittlerweile wohl fertig, das MK-Software-Update für die 737 Max. Man wird jetzt versuchen, das so schnell wie möglich in den Prozess der Rezertifizierung zu bekommen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Das muss die FAA entscheiden, das müssen alle anderen zuständigen Luftfahrtbehörden entscheiden. Wir beobachten das natürlich weiter, denn es bleibt bei dem Thema weiterhin spannend. Und dann hoffe ich, dass heute ein paar interessante Informationen für euch mit dabei waren. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann soll es heute noch ein großes Dankeschön geben an Simon und an Jan. Vielen lieben Dank an euch beide für eine sehr großzügige Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Das hilft mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. T-Shirts wie dieses hier findet ihr unter den Videos. Da gibt es noch eine Reihe, da könnt ihr gerne mal durchschauen, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann, ja, wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich morgen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.